Kein Problem. Kein Problem. Oh, da oben ist wieder mal eine Feenquelle. Wie sieht das eigentlich mit dem... Die haben weder Widerstand noch Rüstung, die Jungs, also... Bereit. Wird erledigt. Naturmagiequelle wird von einem Naturelementarwesen, also einem... Was? Kein Problem. Trianth wieder bewacht. Zum Sieg. Oh, einer ist gut. Okay, wir haben einen Soldaten jetzt verloren. Aber... Wir dienen dem Kaiserreich. Haben wir... Was ist das? Steigert das Sichtfeld. Was? Okay, das könntet ihr eher gebrauchen. Jetzt haben wir Erfahrung. Wird erledigt. So, wir könnten jetzt theoretisch hier ein Elementar beschwören. Also nicht ein Elementar, sondern einen magischen Geist. Und wenn wir jetzt theoretisch heilen... Genau, regeneriert sich unser Mana um einiges schneller. Oder der heilt einfach, solange er dort ist. Naturmagiequelle. Auf zum Sieg. Ich kann ihn halt auch jederzeit wieder entlassen. Flop. Ja. Schon erledigt. Wisst ihr was? Mit... ... ... ... ... ... Auf zum Sieg. Also mit dem Erhöhen der Führerschaft. Dann gehen wir nochmal zu dem Ork-Lager zurück und beschwören dort einen Geist, um zu sehen, was passiert, wenn wir ihn in den Kreis stecken. Auf zum Sieg. Wird erledigt. Wird erledigt. Bei so viel Zeit können wir uns nehmen. Und dann können wir auf dem Rückweg unsere Schwertkämpfer abreden. Schon erledigt. Also ja, wir werden nochmal seinen Beschwören und den Daten auswählen. Magischer Geist dient zum Besetzen magischer Quellen. Dort positioniert regeneriert er das Mana eines Spielers. Ja. Schon erledigt. Kein Problem. Es muss aber auch irgendetwas mit dem Kreis dort im Sumpf auf sich haben. Auf zum Sieg. Jawohl, Sir. Auf euer Kommando. Gehen wir. So, kaufen wir erstmal nur. Auf euer Kommando. Aufwerten tun wir, wie gesagt, dann sobald. Kein Problem. Schon erledigt. Wird erledigt. Wir werden wieder dort drüben waren. Also ja, noch ist unsere Armee wirklich klein und beschaulich. Ich könnte jetzt theoretisch auch noch einen Trupp Fernkämpfer anreuern. Allerdings macht es immer mehr Sinn, die Truppen aufzuwerten, als neue anzuheuern. Auf zum Sieg. Was macht die E-Taste eigentlich? Steht das hier irgendwo? Das steht komischerweise nirgends. Wird erledigt. Wird erledigt. Also irgendwie tut sich gar nichts. Schon erledigt. Kein Problem. Wird erledigt. Auf zum Sieg. Wird erledigt. Das heißt, ich entlasse dich wieder. Tja, das war... Das Lied war umsonst dann. Also ja, dann können wir auch von hier aus gleich da hoch gehen. Also direkt gegenüber der Stadt hier hoch gehen. Der da ist nicht. Das war, warum nicht zu früh. Der da hat war. Das ist das. Das war ein Sprechen. Das war ein Sprechen. Und das war ein Sprechen. Aber das war ein Sprechen. Das war ein Sprechen. Der da ist ja auch. Sobald wir unsere Krieger aufgewertet haben Ja Was? Und die Ressourcen, die sie bei sich tragen Verkauft haben Oh ja, das kannst du anziehen Dass dein Sichtfeld erhöht ist Jawohl, Sir Ja So, Bärn hat ein Angebot für uns So Jetzt haben wir eine bessere Truppe Noch eine Truppe Paladine Die allerdings dann halt Jetzt noch ihre Erfahrungspunkte braucht Kein Problem Wir können da oben hin Erst einmal Kein Problem Ja, Rekrut Paladin und Elite Kopfjäger Kein Problem Ja, die Truppe kann ihre Fähigkeit nicht verbessern Und die Truppe kann ihre Fähigkeit auch nicht verbessern Und die sind auch schon auf Maximum Ja Wird erledigt Ah ja Von da oben kommen Orcs Ja, Sir Wir greifen an Tötet sie alle Bereit Bereits zum Kampf Ja, schon erledigt Bereits zum Kampf Auf zum Sieg Wird erledigt So, magische Fähigkeiten verbessern Das heißt, da oben ist ein Orc-Lager Kein Problem Kein Problem Auf zum Sieg Ja, eine Orc-Höhle Auf zum Sieg Wird erledigt Wird erledigt Bereit Bereit Ah, und unsere Paladine Paladine sind jetzt schon Profis geworden Ja, eine Orc-Höhle Schon erledigt Ein hübsches Schwertchen Auf zum Sieg Ja Kein Problem So Wird erledigt Wird erledigt Mal so Elite Mal so Elite Mal umdick sind sie Profi Danach werden sie ja Veteranen und dann Eliten Schon erledigt Schon erledigt Haben wir es um einiges leichter Aber ja, hier sehe ich jetzt nichts Wird erledigt Besonderes Wie hoch ist jetzt eigentlich unsere Mana-Regeneration? 2,75 pro Wird erledigt Sekunde, glaube ich Wird erledigt Auf zum Sieg Und ja, es ist irgendwie lustig, dass die Stadt ein Bauernlimit vor 10 hat Wenn es, wenn sie nur maximal 9 Bauern haben kann Dadurch, dass Bauern immer im Dreierteam loslaufen Auf zum Sieg Oh, die haben jetzt Stufe 3 erreicht Hm So, das war die Fing-Quelle Die wir Also die Natur-Magie-Quelle Kein Problem Die wir gereinigt haben Schon erledigt So, das heißt von hier aus geht es jetzt erstmal hier drüben hin Hier ist nämlich erstmal ein Bergwerk Und da drüben das Holzfällerlager Schon erledigt Kein Problem Kein Problem Auf zum Sieg Kein Problem Das sieht aus wie eine Goldmine eigentlich Wird erledigt Das ist auch irgendwie eine Goldmine Also ja, wahrscheinlich holen die Leute aus der Stadt hier Gold Kein Problem